Yo Leute, willkommen zu einem neuen LP von mir. Das LP startet ein bisschen anders, als ihr es vielleicht gewohnt seid. Anstatt ich ein Menü starte, nein, da tue ich es lieber, wie soll ich sagen, ja, da starte ich doch lieber hier im Ordner, ne. Also es handelt sich hier um Lunar Game und das ist ein, ja, in Anführungszeichen gruseliges Spiel. Mit Fraps ist das jetzt nicht möglich aufzunehmen, deswegen nehme ich das mit Camtasia Studio auf. Ja, das ist gut PC, ich finde auch gut. Und, ähm, ja, ich hab Skype, wie man sieht. Und, äh, es ist jetzt, äh, ja, sieht man ja, 21.08, 17.09. Äh, ich werde das Spiel jetzt, äh, spielen und, ähm, es soll gruselig sein. Naja, mal schauen, Lunar Game Exe. Ich werde mich wahrscheinlich eher erschrecken, viel Spaß dabei und wenn ich etwas komisch klinge, dann liegt das daran, dass ich, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, kann irgendwie durch irgendwas hervorgerufen sein. Und ich erstreck mich gleich so doll. Und, oh mein Gott, los, komm, ich hab wirklich schon, mir zittern die Knochen. Oh mein Gott. Ah, oh mein Gott. Ah, oh mein Gott. Leute. Ah, ah, ah. Uh, uh, Schock. Oh mein Gott. Also, pass auf, das Spiel, mir empfohlen von, 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 TNP, Sert, du Affe, du, ich hab voll Angst bekommen. Sein Kanal ist in der Beschreibung. Ihr könnt ihn gerne haten. Hatet ihn. Ich hab so Angst. Ich nume nochmal einen Schluck hier, ne. Ah. Ja, ähm, das Spiel soll gruselig sein. Denn, ähm, wenn ich gleich am Desktop zurückgeworfen werde, dann heißt das, das Spiel ist vorbei. Das hat kein Menü. Es ist, ähm, ja, einfach so eine Anwendung, die sich von alleine am Ende schließt. Und, ähm, naja, man erschreckt sich schon am Anfang und so. Naja, also. Vor einer Weile geht's halt, ne. Ja, ich hoffe, ihr habt auch so viel Angst, wie ich. Ich hoffe, ihr fand es lustig, was ich gemacht hab. Und, äh, wenn ihr wollt, könnt ihr ja kommentieren, abonnieren, favorisieren, ach, die typischen Sachen halt. Das ist doch schon Bescheid, ne. Ja, okay, langsam krieg ich wirklich Angst. Ähm, ich könnt jetzt auch mal aufhören hier. Ich, äh, Mama. Äh, Mama. Äh, Mama. Oh, Mann, ey. Scheiße. Wieso spiele ich das überhaupt? Es liegen vor mir noch vier weitere Sonne Games. Oh, Mann, ey. Wahrscheinlich ist das hier das qualitativ schlechteste Spiel. Äh, LP meine ich. Weil ich hier einfach nebenbei hier saufe, ne. Äh, einfach irgendeinen Schwachsinn mache, mein Headset hinlege, irgendwo in Raum renne und scheiße schreie. Aber, ja, vielleicht findet ihr es ja auch lustig. Das ist ja eh nur so ein Witzspiel hier, so zwischendurch LP. Boah. Ja, Mann, ja, okay, jetzt reicht es hier langsam. Ähm, wie wäre es, wenn, wenn es, wenn es jetzt... Ja, es kann jetzt, es kann jetzt aufhören. Bitte auf. Ah, okay, es hat aufgehört. Ähm. Gut, sehr schön. Das heißt, wir haben Luna Game 1 geschafft. Pff, ich weiß gar nicht. Ich mache jetzt einfach noch zwei dazu. Nee, ach komm, leider. Äh, ich mache das in einem neuen Video, damit ich hier vier Videos wenigstens habe, weil ich heute gar keine Lust gehabt habe zum Aufnehmen. Ähm, ja, bis zum nächsten Video, ne. Und, äh, bis dahin, Leute. Tschüssi, ciao.